Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen, es gibt Freistoß. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Er könnte das Führungstor machen. Das hat der Schiedsrichter richtig gemacht. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Auf ihn ist einfach Verlass. Kevin De Bruyde macht hier das erste Tod des Spiels. Der Ball fliegt hoch ein. Das macht er sicher. Der Ball fliegt hoch ein. Der Ball fliegt hoch ein. Ah, da geht der Ball doch noch vorbei. Das sah so aus, als würde der reingehen. Tolle Szene. Das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Wird es jetzt gefährlich? Geht er rein? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Die Bräune macht das Tor. Ja, starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Das ist der Anschlusstreffer. Er ist noch mehr für Sie drin. Er ist noch mehr für Sie. Er ist noch mehr für Sie drin. Vielen Dank.